moin herzlich willkommen zu einer neuen folge hier auf johns moba heute wieder mit einem update von meiner handel anlage fred hauen und wir werden uns gleich anschauen was hat sich getan was ist dabei es sind wieder schöne sachen passiert diesmal auch ein ganz bisschen landschaftsbau wieder andere kleine details ich habe ein ganz bisschen lockt detaillierte lockt detaillierung loksuperung wieder für euch mitgebracht das schauen wir uns auch noch an dann gibt es ein paar neue sachen von der firma artitec aus den niederlanden schauen wir uns auch an was das ist ja und das wird es dann so im groben gewesen sein also da sind schon wieder ein ganz paar spannende dinge denke ich für jeden mit dabei heute wenn ihr das schon länger verfolgt die anlage habe ich begonnen mit beginn des ersten lockdown in deutschland also im märz 2020 wir haben jetzt knapp 15 bis 16 monate später und da seht ihr was man in der zeit eben auch so nebenher dann machen kann aber die anlage wird eben auch immer fertiger das heißt also die die größe der bauschritte wird natürlich immer ein bisschen kleiner das heißt also die ganz großen bauschritte findet ihr natürlich viel weiter vorne im kanal hier apropos kanal wenn ihr noch nicht dabei seid lasst gerne abo da gibt ein daumen hoch für das video das freut den algorithmus und freut auch meine spenden challenge wenn ihr die noch nicht kennt das heißt also ich werde im jahr 2021 dem ersten jahr der monetarisierung hier auf diesem kanal mindestens die hälfte der werbeeinnahmen von youtube spenden für gute zwecke da gibt es auch schon zwei projekte die wir unterstützen jetzt das dritte kommt ende des videos werde ich euch das noch mal vorstellen was wir diesmal machen und ja insofern da hilft jeder daumen nach oben natürlich weiter um die werbeeinnahmen zu erhöhen ich hole euch jetzt erstmal ab wir machen den rundflug über freien hauen ihr seht die erinnerung und danach sprechen wir noch mal über ein paar andere dinge also das gleiche wir starten mal wieder hier oben in der ecke und das erste was man hier dann sehen kann ist jetzt die v 200 von rocco in einer ja etwas optimierten version was heißt das konkret wir haben erstmal hier und hier wie ihr seht jetzt plötzlich dunkle dinge hinter den fenstern das heißt ich habe einfach da die extrem helle landschaft die so ein motor darstellen sollte dahinter mal ein bisschen dunkel gemacht ein ganz bisschen noch mit so einer art ja metallic farbe bin ich da noch mal rüber gegangen und jetzt sieht das einfach richtig schick aus dann habe ich wie ihr sehen könnt die dachlandschaft so ein ganz bisschen gealtert mit fokus auf die beiden auspuffe und was man jetzt hier nicht so richtig gut sieht aber da haben wir vielleicht noch ein passendes foto zu ist ich habe noch so ein ganz bisschen die drehgestelle auch mit flugrost versehen das soll es dann schon gewesen sein inzwischen sind die fahreigenschaften auch okay sie quietscht immer noch ein ganz bisschen am anfang aber gut ja muss man mit leben so viel also zur v 200 die hat sich also jetzt hier auch in die anlage eingefügt genau was haben wir dann ein update so sieht es jetzt aus und der ein oder andere hat jetzt vielleicht schon entdeckt hier gut integrierten die landschaft ist ein neuer bunker und dieser neue bunker ersetzt einen alten deutlich kleineren bunker und der einbau war aufgrund der landschaft wie ich sie hier gebaut habe mit dem hartschaum total easy also mit dem kater messer konnte ich hier im endeffekt den neuen bunker bauplatz ausschneiden dem bunker einpassen und dann die landschaft eben wieder außenrum bauen warum habe ich das gemacht der bunker sieht hier einfach viel viel besser passender aus zu meinem atlantik weil quasi szenario was wir hier am rand haben was man einfach als dänemark urlauber vielleicht auch kennt und dieser bunker hat noch ein paar besonderheiten den habe ich bei ebay gefunden also erstmal hat man hier quasi eine beobachtungsstellung denke ich mal soll das sein da kann man reingucken aber das ist noch nicht alles so der bunker hat ein komplettes innenleben das heißt wir haben hier eine komplette struktur im inneren die auch für mein dafür halten relativ realistisch aussieht inklusive der schiefscharte die den eingang bewacht die ihr jetzt auf der rechten seite seht und in entsprechend dicken mauern im frontbereich ja und so sieht das ganze dann hier an der decke aus also da ist es nicht ganz so realistisch geraten ihr seht schon hier beim material das scheint so ein individual resin guss zu sein den hier jemand gemacht hat und hier hinten ist das ganze eben auch seht ihr da schon verrostet an den entsprechenden auslässen und so hat auch die gleiche struktur wie die bunker in dänemark also ich war da extrem begeistert als ich den gesehen habe da war der nackt und schier und dachte der passt doch hier richtig gut rein scheint aber auch ein individual bau zu sein also da gab es jetzt nicht so viel mehr von und dann habe ich das ganze doch hier so in die landschaft mal eingepasst dass man eben auch weiter öffnen kann dazu gehörte noch eine kleine beobachtungsstellung die hat jetzt ihren weg hier links an den strand gefunden seht ihr hier quasi als runtergerutschter stein dort vorne und das finde ich gibt doch so einen kleinen realistischen touch wenn man das so in der ecke von der anlage noch sieht neben den leuten die quasi die fotos von der düne machen bzw dort unten die beiden damen die gleiche abend gehen wollen das hat doch so was richtig von dänischem strand wenn wir jetzt mal weiter fliegen von hier da seht ihr auch den bunker noch mal aus dem anderen winkel sieht auch hier habe ich gleich richtig zugemacht hier jetzt ist er besser zu so sieht das ganze aus und ich finde das gibt dem ein ultra realistischen dänischen bunker touch wenn wir uns das noch mal angucken hier gerade auch hier mit der kleinen schicht starte da unten dann haben wir hier natürlich wie auch sehen können so ein bisschen die laufwege hier weiter habe ich versuchte möglichst realistisch rein zu bringen natürlich immer ja und so sieht die landschaft jetzt da aus und ich finde da passt der bunker wenn man sich das so anguckt doch richtig gut rein und fällt gar nicht so großartig auf und so soll es ja sein dass der so halb in der landschaft versteckt ist aber trotzdem irgendwie so ein kontrapunkt bildet wie in wirklichkeit auch genau so was haben wir an weiteren updates und zwar hier die kleine v36 die sich ja hier bald von meiner anlage wieder verabschiedet also ich denke die werde ich jetzt verkaufen da habe ich hier die kleinen schrauben schwarz angemalt und seitdem ist der eindruck doch auch dreimal besser muss man ganz klar sagen ja seitdem wird die viel erwachsener zumindest von der optik her und dann sind wieder ein paar neue fahrzeuge dazu kommen also ihr seht das hier links das taxi der kombi dort der hat noch kein kennzeichen bekommen der ist neu dazu gekommen der lader nie war von der post der hat auch noch es nicht zum kennzeichen geschafft bisher hier die post szene ist sowieso jetzt ein bisschen umgebaut wie ihr seht jetzt wird hier die post umgeladen beziehungsweise man wartet mit den säcken eben auf den morgen und zug denn ja die polizei wird immer besser ausgestattet hier wir haben jetzt einen weiteren polizeiwagen dazu bekommen das ist der hier in der mitte auch von brekina auch ein wunderschönes kleines modell und bin ich immer wieder begeistert von wie viele unterschiedliche varianten und modelle brekina daraus gebracht hat also daumen hoch und empfehlungen für brekina fahrzeuge an der stelle genau aber da haben wir quasi hier die drei polizeifahrzeuge in der station das sind zwei ford also die hinteren beiden das ist jeweils ein ford und der vordere hier ist der funk streifenwagen der volvo der müsste eigentlich der neuere sein als die anderen beiden genau dann haben wir hier noch den mannschaftswagen bzw gefangenen transporter und die beiden motorrad polizisten neben unserem kleinen kaufmannsladen ja also da hat sich sonst nicht weiter viel getan hier in der ecke was ich aber habe und das steht jetzt hier gerade da hinten ist ein zweites modulares objekt und zwar ist hier eine kleine jacht die ich gebaut habe aus einem bausatz der firma artitec heißen die ja glaube ich ich hole uns die mal ganz kurz da hinten raus dann könnt ihr auch sehen was ich meine und zwar seht ihr schon die ist in zwei teilen das heißt wir haben hier einen zweigeteilten bausatz unten jetzt das wasserlinien modell wenn man sich das anguckt auch hier mit der reling und so das ist schon relativ fein detailliert der bau war muss man ganz ehrlich sagen aber grausam wirklich richtig richtig grausam und ja insofern ob ich das jetzt wirklich euch empfehlen kann das modell das weiß ich noch nicht es ist super detailliert richtig schick aber der bau wie gesagt ist grausam was cool ist als wasserlinien modell kann ich jetzt hier bei mir den hafen legen habt dann da hinten immer noch den rumpf stehen auch zu stützen und kann gleich einfach das kleine bötchen da wieder aufsetzen das ist natürlich schon eine ganz coole sache muss man ganz klar sagen ich habe hier auch noch irgendwo die verpackung glaube ich von dem ganzen liegen dann kann ich euch mal zeigen da ist sie das ist es kostenpunkt von dem ganzen sind so um die 20 euro wenn ich das jetzt noch richtig im kopf der bausatz ist eigentlich ganz cool aber gerade hier diese reling stützen und so weiter das sind alles einfach nur kleine ex teile ohne besonders genaue detaillierte anleitung einfach nur somit zum allgemeinen bildchen und ja insofern bin ich mit dem ergebnis jetzt ganz zufrieden allerdings muss ich ganz klar sagen wenn man jetzt hier die beiden so miteinander packt man es sieht schon ähnlich aus das hält mich momentan davon ab weitere modelle von artitek zu ordern also es gibt ja ganz ganz viele tolle boote und sowas als bausatz von artitek die sehen auf der homepage von denen war ganz super aus die frage ist ob das ergebnis bei mir so super aussehen würde weil man eben selbst alles so zusammenbauen muss ja da sind vielleicht dann so revel bausätze oder so für mich doch noch die variante von meinem niveau auf dem ich momentan bin also dann gibt es auch noch ein weiteres update das steht jetzt hier oben und zwar ein kleines flugzeug ja revel plastik besetzt ich habe es ja gerade erwähnt ich habe gerade irgendwie wieder so ein bisschen den weg dazu gefunden und ja 1 zu 72 passt leider nicht perfekt zu h0 also das ist so eine sache die fragt sich wahrscheinlich jeder modellbauer und modellbahner warum man da nicht einfach am anfang schlau genug war und zumindest sehr ähnliche maßstäbe genommen hätte also vielleicht nicht 1 zu 72 sondern lieber 1 zu 80 und 1 zu 87 oder sowas ja wenn man schon nicht den gleichen nehmen wollte aber gut ja so sieht das ganze aus ist eine junkers f 13 das erste ganz metall flugzeug dieser erde hier als danziger luftspost version aus der zeit der weimarer republik in der version w für wasser und deswegen kann die natürlich auch hier im hafenbecken liegen jetzt wird es schon ganz schön voll finde ich genau wenn wir sonst rum gucken sieht es alles aus wie vorher noch hier unten hat sich also tatsächlich auch gar nichts getan außer dass hier zwei weitere große dänische doggen dazu gekommen sind hier habe ich günstig auch über ebay geschossen für glaube ich weniger als zehn euro das stück beide nagelneu vom zustand her und dann habe ich wieder ein bisschen mit die farbe geschnappt und hier die kleinen hubhaken und solche sachen gelb angemalt um das ganze einfach in den rest auch ja meines zuges mit den schiebewandwagen hier passend einzugleichen und damit habe ich dann alleine von märklin hier schon mal sieben schiebewandwagen hinter der mz und dazu kommen dann ja noch die hier von brava wobei man sagen muss die drei wagen von brava trotz ac achsen trotz kurz kupplungskulisse und sogar umbau auf relax kupplung wie ihr jetzt hier sehen könnt können trotzdem nicht in dem langen zugverband eingesetzt werden also wenn man die irgendwo an den anfang hängt oder eben auch in die mitte dann entgleisen die einfach gerne springen aus den gleisen weil das gesamtgewicht des zuges einfach zu viel für sie ist das finde ich schade ja deswegen habe ich momentan nicht ganz so viel spaß an den wagen leider genau und dann haben wir hier oben in der kleinen waldbahn auch noch ein paar updates und zwar hatte ich ja nicht nur die kleine yacht von artitek bestellt sondern hier auch passend zur epoche 1 einen kleinen offenen landauer also muss ich sagen knaller das ist wirklich der knaller das war ein fertig modell und jetzt auch die die details sieht die detailverliebtheit auch von der konstruktion seht insbesondere auch wenn man jetzt mal einen kleinen finger das ist mein kleiner finger daneben hält ja muss man sagen das ist schon ganz großes kino und passend dazu dann auch hier ein klein fort das müsste der ford tt sein als pick up mit ladefläche und auch da das ist ultra filigran also auch hier auf der unterseite fertig modell aber hammer filigran und wieder die größen vergleiche hier da ist mein kleiner finger ja also schon richtig richtig schick ja so viel dann auch zur waldbahn hier oben also da seht ihr holztransport ist im gange der kleine versorgungswagen mit seinen beiden anhängern ist hier unterwegs und inzwischen allerdings ist das noch nicht digitalisiert habe ich hier noch eine weitere kleine lokomotive gebaut die so ein bisschen ja eine englische schmalspur lokomotive nachbildet und weil ich eben neulich nicht gleich mit der junkers f 13 starten wollte habe ich mir dann hier noch so ein paar andere kleine für 499 glaube ich jeweils geholt schon ganz coole modelle also das jetzt als erstes update mal für euch was auf fred hauen sich so getan hat in letzter zeit also kleine aber feine änderungen insbesondere der bunker hier immer noch mein absolutes highlight ja gefällt mir richtig richtig gut und sieht viel besser aus als die variante vorher und so langsam wird es doch jetzt muss ich mich mal hier um die ecke und den bahnhof den beziehungsabstellbereich dort hinten kümmern herzlich willkommen nach dem rundflug über die anlage ich hoffe das update zu fred hauen hat euch gefallen und wir haben jetzt noch am ende das thema spenden challenge und was hat sich entwickelt wie weit sind wir gekommen und ja der dritte monat war jetzt echt krass denn wir sind zum ersten mal dreistellig das ist richtig was wir sind dreistellig das könnten sehen hier an meinem finger 125 69 in dollar das sind je nach wechselkurs momentan ungefähr 105 euro davon die hälfte wiederum werden wir jetzt bei 52 euro oder so und ich hatte beim letzten mal ja schon gesagt die kms machen wir einfach einen moment weiter weil mehr typisierungen helfen einfach mehr und jetzt hätten wir mit 52 quasi das was beim letzten mal fehlte plus jetzt hätten wir zwei finde ich aber ist immer noch nicht genug das heißt wir sammeln jetzt noch mal einen monat und wenn sich diese kurve so weiterentwickelt wie ist das momentan der fall ist einfach auch durch viele neue abonnenten herzlichen dank dafür und vor allen dingen auch natürlich dass ihr euch die videos so gerne anschaut ja vielleicht haben wir dann die chance noch mehr typisierungen zu machen wenn ihr jetzt nicht wisst die kms typisierungen wovon redet der link ist unten in der beschreibung ganz kurz in zwei sätzen geht um das thema blutkrebsleukämie wenn du daran erkrankt oder jemand in der nähere umfeld daran erkrankt ist es einfach gut wenn viele leute diese typisierung haben was heißt das einfach eine vorregistrierung da werden vorher bestimmte werte blutwerte und so weiter von dir gecheckt und wenn du dort registriert bist und jemand ist krank und du könntest ihn retten mit deiner stammzellenspende dann wirst du von der dkms eben kontaktiert und je größer diese datenbank ist desto mehr leute können eben dort gerettet werden wird bekommen zumindest eine chance auf heilung ja deswegen sind wir jetzt noch ein bisschen am weiter sammeln das heißt auf die 35 euro vom letzten monat kommen jetzt eben noch mal 52 obendrauf und dann gucken wir mal was jetzt wo die nächsten monate beziehungsweise den nächsten monat jetzt erstmal dazu kommt vielleicht schaffen wir dann irgendwann zehn typisierung oder so das wäre natürlich richtig richtig cool da halte ich euch auf dem laufenden und ganz zum abschluss ja es geht weiter ich habe demnächst mal wieder ein bisschen material für euch das nicht ganz so in der anfängerkategorie drin ist einmal seht ihr hier ja und dann ich weiß gar nicht wie ich euch das zeigen kann wo dass wir sehen können was das ist und das hier mck beides direkt aus dänemark jedoch gespannt sehr coole sachen die auch definitiv hier bleiben also soviel für heute ich freue mich wenn ihr das nächste mal wieder mit dabei seit bis bald macht's gut soviel für heute